Mitte in der Früh wachte ich auf, ja, und dann hat was gepäbt, die Erde gepäbt, ach ja, dann dachte ich, was ist denn das, ach ja, stellt vor mein Haus ein Elefant, ach ja, riesengroßer, richtiger Polle, ja, und dann noch ein zweiter Elefant dabei, ach ja, ja, ich dachte, bin ich heute in Afrika, nein, ich bin zu Hause in Österreich, ja, auf einmal steht Elefant vor mein Haus, ach ja, hau mir doch, schau dir das an, ach ja, haut ein Elefant ausgesetzt, ach ja, ja, ein Elefant vor mein Haus, oh ja, als riesengroß, ja, ja, dann geh ich ja nicht raus, jo, jo, ein Elefant vor mein Haus, jo, jo, ich warte, ich warte, warte, ja, bist Elefant, geh doch, ah, er geht auf einmal weiter, ja, hab ich Glück gehabt, doch, ja, er läuft das, das Straße entlang, ach ja, raus von dieser Gemeinde, ja, raus in die Natur, da ist ja alles pur, dann geht er in den Wald hinein und frisst, frisst an Bäumen, ja, und fühlt sich ja so wunderbar, aber doch, ja, ist ein Elefant auch hier, ja, ja, ein Elefant ist ja hier, hier geboren, ja, jetzt haben wir auch Elefanten, ja, riesengroße Tiere, ja, aber ich bleibe lieber zu Hause, ja, und ich fahre nur mit dem Auto, ja, der Elefant ist riesengroß, ach ja, das kann schief gehen, ja, ja, ein Elefant von meinem Haus, ja, ja, da hab ich große Angst sogar, eine große Angst von Elefanten, ja, ja, Elefanten, mach doch gar nichts, ja, sagt deine, ja, sagt, ja, das glaub ich sofort, ach ja, 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 ja.